Was ist los? Was? Double kill! Nein! 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 Und damit herzlich willkommen zurück zu Codeway Das Nein! Was? Nein! Io, ich kann ja nicht gegen dich kämpfen Ah doch Überrest E Na ja, guck Also hätten wir doch gar nicht alle Überreste angucken können Gut Wir sollten das aber, glaube ich, machen, bevor wir den Boss hier machen Ich habe so eine Ahnung, dass es irgendwas im Spiel verändert, wenn man die alle gesehen hat Es hat ja schon was verändert, wir können ja jetzt ja Io mitnehmen Das konnten wir am Anfang ja nicht Das konnten wir am Anfang ja nicht Das ist gut Ja, da vorne ist die nächste fantastisch und die hat keine Waffe wir wollen ja noch nicht ganz wir wollen ja Dokumente und wir wollen ja die EO ich weiß, dass du es wirst bitte, spiel einen Weg der Erinnerung für mich aber beim Sandboss und wir gucken uns jetzt an was die Mädels so ja was sie so in ihrem Überresten gelagert haben weiß nicht ich bitte diese ist sehr hören diese die die in uns bitte ich bitte ich ich Das war die Erinnerungen von Timistro oder wie die heiß. Ich verstehe nicht. Warum hat sie sich entschuldigt? Die Schmerzen in uns. Was hat sie zu bezeichnet? Was könnte es sein, dass ich irgendwie zu vergessen habe? Die Schmerzen in uns. Ich bin... Bitte, schau mal eine Schmerzen für mich. Entschuldige mich, mein Zufall. Ich habe gegründet, dass ich dich zu retten würde. Als Ihr Entschuldigung, war es mein Zufall. So Leute, wir sind zurück. Wir haben jetzt alle Überreste. Einer lag noch hier in der Gruft und der andere lag noch beim Sandboss. Und wir gucken uns die jetzt an. Bitte, schau mir eine Gefahr für mich. Angefangen bei 4. Bitte, schau mir an. Bitte, ich bin sorry für meine Zufall. Ich verstehe. So? Ich konnte dich als dein Arbeiterin, es war mein Führer. Aber ich konnte nicht die Verlust des Frenzys. Im Ende, ich verletzei dich. Ich konnte nichts mehr als aufhören, als deine Todesendung kam für dich. Ich... warum war ich sogar hier? Was für mich ich für? Ich bin... Diese Entzündung verloren, ihre successor zu Frenzy, und dann sich um sie selbst verabschieden. Wenn wir alles, was wir tun können, ist zu stehen und zu sehen, während wir diejenigen, die wir verabschieden haben, dann ist unsere Presence ein Ziel? Als Entzünder, was wir machen? Ich habe mich erwartet. Ich habe mich erwartet. Wenn ich mich für Ihre Schmerzen kann, selbst wenn es nur bei der kleinsten Zahl ist, dann würde ich mich glücklich verabschieden. Ich habe mich selbst zu tun. After all, das ist die Aufgabe, mit welchem ich bin. Das ist mein Grund, um zu sein. Für jetzt und immer. Ist es wirklich so zu sein? Alle attendenten müssen ihre Leben für die Sache von ihren Schicksals? Es scheint nicht richtig zu sein. Aber kann ich mich falsch machen? Und weiter geht's. Kurz vor dem Endboss. Wir haben inzwischen Level 150 erreicht. Unsere Ausrüstung ist... Ne, noch gar nicht perfekt. Guck mal, da ist noch was. Hier muss man noch mehr Leben einstellen. Jetzt haben wir ein bisschen Damage gefressen. Komm, das gleich mal aus. Das sollte reichen. Und ja, gucken wir uns den Gegner mal an, oder? Ich meine, ich warte noch nie. Ich will jemanden bei dir. Aber das sieht nicht richtig aus, was das... Was die Kleidung da macht, aber ja. Es hat wieder einen Ladeaufzug. Dum, 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 dum. Weil ich vielleicht schneide ich den Aufzug raus. Sehr viel zu lang. Wie lange lädt der denn? Wie lange lädt der denn? Wie lange lädt der denn noch? Und damit sind wir auch schon an der Boss-Tür angekommen. Also quasi den Aufzug runter, ne. So, die Aufzugfahrt habe ich euch mal erspart, weil das einfach ein ewig langer Ladebildschirm ist. Und wir gucken uns jetzt an, was hinter dieser Tür ist. Gibt da noch? Ne. Ich kann nicht verstehen. Die Aktionen, die du wählst, die du wählst, die du wählst, können nichts weiterentwickeln, um diese Land zu bringen. Ich kann nicht allowen, dass das Fehler sich wieder aufzunehmen. Ich kann nicht allowen, dass das Fehler sich wieder aufzunehmen. Stand bei der Seite und aufzunehmen. Das ist genug. Das ist die Aufgabe, mit welchen wir alle getrennt haben. Wenn du dein Weg verlierst, wenn du einen falsen Schritt nehmen kannst, wird das gleiche Ergebnis führen. Das ist nicht wahr. Das ist wahr. Ja, als Entzünder, es könnte sein, dass wir alle von Krüse sind. Aber wir sind nicht alle identisch mit einem anderen. Unsere Erfahrungen sind unig. Durch unsere Reise, ich habe die Erinnerung von so vielen verschiedenen Menschen erlebt. Ich habe gesehen, die Passion mit denen sie ihre Leben leben. Und was habe ich gefunden, für alle von diesen Menschen, ist, dass sie so schwer wie sie können, um zu überleben. Sie haben sich selbst, für den Sinn von anderen, um zu leben. Es war nicht wichtig, ob sie als Mensch oder als Revenant lebten. Sie haben immer noch zu kämpfen. Es war das gleiche für die Successoren. Ich bin nicht so, wie es für viele von unseren schlimmsten Schönen ist. Ich will nicht für mich eine Mutile für eine Fülle aus dem Angst, und lassen mich stehen, wunderschön für ein friedlich Ergebnis. Ich werde kämpfen, ich werde kämpfen, gegen Kreuzer Sinnen und gegen meine Behandlung. Was? Es bedeutet, zu sein Leben zu sein. Io, es ist wahr, es gibt etwas anderes in dir, etwas, das dich entfernt von den anderen Behandlungen. Sehr gut. Ich bequese alles zu dir. Und so, ich beckere dich. Bitte, save everyone. Tja. Gemeinsam, ja. Gemeinsam. Gehen wir. Gefängnis geronnen, Blut. Schau. Schau. Achja. Guck. Oh, eine Mistel. Ich dachte, jetzt kommt der Bossfight. Warum geschafft? Wahrscheinlich habe ich alle Misteln jetzt. Schau. 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 Ach, komm, komm. Eine. Alter! ... Sorry, wenn ich Mum leise bin, voll konzentriert, ... ... Bis jetzt siehts gut aus ... ... Naja Alter Schwede, Alter Schwede Muss mal heilen Yo, leg dem mal ab Gulasch! Gulasch! Eieieieieiei! Uh, lass mich doch mal heilen jetzt. Ne, ne, Io, brauchst du's. Nein, ist zweimal hintereinander gestorben. Soll das? Oh, war's so schöner, first try. Perfekt run. Nein! Egal, gleich nochmal. Den haben wir fast gepackt. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Komm, 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 komm. Du hast alles, was du brauchst. Du hast alles, was du brauchst. Was gibt's noch Tolles? Schrittschub, komm. Was haben wir noch? Entzug. Ladungsschub, was auch immer. Wirklichkeit, haben wir schon. Glocken, weiß ich nicht, schon mal haben. Kuntano gibt's auch. Hier. Und das noch. Und los. Zuerst hol ich mir mal, mein Zeug zurück. Wieso? Warum macht er jetzt Zeug, was er vorher nicht gemacht hat? Alter. Mal mal voll halten. Jo, ich komm schon. Alter. Mal mal voll halten. Alter, 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 alter. Komm, das nutze ich jetzt zum Heilen. Das war ein Feuerbuff. Au, 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 au. Das ist ja wieder unverwundbar in dem Modus. Alter. Der spritzt nur so. Los. Was? Double kill. Nein. 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 Oh nein. Dritter Versuch. Versuchen wir's mal mit Blut. Gut, mach mir gar nichts. Gut. Scheiße. Untertitelung des ZDF, 2020 Komm schon hier auf Wir schaffen den, wir schaffen den Alter, ey Ja, 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 ja Funktioniert's nicht mehr, ne Beim ersten Mal Pulaasch Was? Tritt der Blitzschung Ja, 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 ja Ui, ui, ui Yo, mach was Komm, hol mich zurück, hol mich zurück Oh, nice Schauen Am Schauen Ja Ja Nein 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 Silber hat Kontrollen Relic What's wrong? Silber ist pulling in the rocks Das war Das war Das war Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist by the way das erste Mal, dass der Charakter was gesagt hat Und das war's auch schon für diese Folge Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest Abonnier gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast Oder lass mir ein Like da Oder schau dir auch gerne eins der vorgeschlagenen Videos an Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme